wir füllen bäume ich müsste mich mal heilen ich krieg grad mit dass ich fast der fast auf mich gefallen das merke ich mir was du gerade das hier oben ja ich baue das tor sollten wir vielleicht die könnten sonst reinkommen weißt du was eigentlich praktisch wäre wenn wir uns vielleicht erst mal das dynamit besorgen haben wir das sony dass man leuchte fackeln stimmt hier hast du die knochen eingesammelt naja hier liegen noch welche rum ja jetzt habe ich die noch eine knochenrüstung du brauchst noch wieviel teile 1 2 2 3 sehe ich 4 ne warte mal 1 2 6 teile ok ich hab noch dabei 2 knochen mehr nicht weißt du ungefähr welche richtung oder soll ich alleine gehen oder willst du mitkommen ich komme einfach mal mit gut denn so lang denn dann haben wir ja doppelte chancen dynamit ja oh lol das ist ja wirklich wie gesagt ja gut der hoffen im wald gruseligen gestalt sie ist genau vor mir und sie heißt das merke ich mir war nicht so gemein wenn ich das nächste mal in der angreise sperre ich euch zusammen im raum also wenn es eine frau ist dann die sind hier doch alle ungewaschene stimmt ja vergiss es hier ich öffne nie alle koffer nur also warum denn das hast du ja nicht du hast ja immer zwei sachen drin und stimmt dann ist ja nur dieser lumpen drin genau so hier war ja was zum in die luft jagen ich dachte grad du nein ich will dich nicht hauen aber ich hab hoch noch so ähm wir müssen hier in die richtung warum ist ich hatte doch grad hier oh voll egal knochen 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 ich hab ganz viele knochen und dabei gebrochen wo bist du ja da ein schöner spaziergang durch den wald das ist das was wir noch brauchen ist Bärmsamen. Mhm. Dafür brauchen wir aber erst den Beutel, oder? Nö, ich hab schon welche. Einmal Aloe Vera Samen. Achso. Ne, mit dem Beutel kannst du nur mehrere Samen tragen. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das Normalverhalten 5 und mit dem Beutel kannst du 10 mal Samen tragen. Kann mich auch täuschen. So, da sind wir. Wow. Hier in der Nähe hab ich gebaut. Die sind grad am schlafen. Du machst das schon. Ah ja, danke. Danke für deine Unterstützung. Ja. Oh Mist, das sind mehr als ich gedacht hab. Hilfe. Geht grad nicht. Die rennen mir alle hinterher. Ike. Der Ene hat mich grad angeguckt, ist aber weggerannt. Ich seh bestimmt gefährlich aus. Hilfe. Ike. Hilfe. Äh, pass auf. Ja, danke. Ich hab keine Energie. Alter, was war'n das grade? Au. Hier, mach die Soda-Dinge auf und trink was, da hast du wieder Energie. Ich springe überall rum. Das Lustige ist, man kann die Toten einfach flinken. so. Huiiii. 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 Oh, ich hatte grad meine Liste in der Hand. Huiiii. Na, hast du Spaß? Aber wenn wir schon mal hier sind, könnte man ja normalerweise auch runter in die Höhle uns die Karte holen. Ja. Äh, das war falsch, was ich hier gemacht habe. So, äh, Koffer. Bäm. Darfst du mal kurz stehen, Aak? Ja, warte, ich bin grad im Menü dran, äh, Molotows. Ich will ein paar Molotows darstellen. Ja, wo bist du denn? Verdammt. Toll. Bin ich jetzt ernsthaft dein Spielball? Nein. Nein. Bis jetzt hab ich noch keine Bälle gefunden. Testobjekt für'n Tennisball. Toll. Psst. Jetzt hab ich noch keine Bälle gefunden. Ja, nur ein kleiner Versuch. Ja, wo rennt der denn rum? Boah, wenn man sich die... Ja, willst du nicht mal Koffer looten? Doch. Na dann. Weit deines Amtes. Hab ich dich schon auf der Liste? Ja. Euch zwei hab ich noch nie auf der Liste. Passagiere gefunden. Sehr schön. Das ist so geil. Und wieder Passagiere gefunden. HALTER! 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 Den haben wir jetzt gleich verbrennen müssen. Der hat mir noch ein Rüstungsteil eingesaut. Ich brauche einen Stock. Wusstest du, wenn man die Passagiere schlägt, das Geld aus denen kommt? Ach. Nee. Okay. Ich brauche auf jeden Fall erstmal scheiß fucking Stopp. Dieser hässliche Dude hat mir grad ernsthaft ein Rüstungsteil broke gemacht. Da. 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 Toll. Und da. Aber hier lagen doch noch mehr rum. Ja. Achso. Ähm. Es wird dunkel. Oh. Wir sollten uns vielleicht etwas beeilen. Etwas, ja. Ach, eine Monade. Ja. Ich kann keinen mehr tragen. Das ist so geil mit den Bällen. Ähm. Hä? Schauen wir mal. Gucken, was ich hier gefunden habe. Ein Ball. Sammeln wir mal... Sammeln mal lieber die Knochen ein. Wir müssen mal herausfinden, wie man Warum schmeißt du eine Sola weg? Okay Hast du alles oder brauchst du noch was? Du pinkelst es, äh, 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 äh Du hast sie auch gehört, ja? Stoff, 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 das hört sich so falsch an Äh, wo ist das Feuer? Ike? Ja? Ich bin rausgeflogen Was? Wie? Ich bin rausgeflogen Warte, ich geh mal ganz schnell hier in die Höhle rein, damit ich Ruhe vor den Idioten hab Was, was das blöde ist? Was? Ich hab nicht gespeichert Ähm, dann fängst du, wo du das letzte Mal gespeichert hast an, wieder denken Versuch einfach mal reinzugehen, das ist ja ein Server, der ist dauerhaft an, normalerweise Müsstest du da oben wieder reinkommen Ja, warte Ich bin erstmal hier unten in die Höhle reingegangen, wo es die Map gibt Weil mir da oben eindeutig gerade zu viele rumlaufen Ja, du stehst gerade als Fragezeichen dran Okay Hä? Okay, ähm, Ike? Ja? Wir haben ein Problem Welches? Ich bin abgestürzt Also, im Flugzeug Ich bin wieder im Flugzeug Äh Obwohl ich gespeichert hab Ja, ich hab ja auch gespeichert Dann bleib erst einmal im Flugzeug, bis Tag ist, weil dann kannst du mir auch sagen, wann Tag ist Dann komm ich raus, da hol ich dich ab Oder du kommst instant zu mir gerannt Weil wir ja hier oben halt das Dynamit und alles haben Das hast du ja bestimmt noch nie eingesammelt Oder hast du noch irgendwas im Inventar? Ich hab nichts, also außer die Stadt abwechselt Oh scheiße Seit wann laufen wir hier unten in der Höhle welche rum? Wo man die Map findet Na toll Oh shit Ich weiß jetzt halt ohne wie lange das dauert bis Tag ist So, das ist natürlich die Gestaller hier Schnell, 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 schnell Das ist sehr deprimiert Ja Ich bin grad aus der Höhle raus, weil ich Ich hab jetzt aber auch grad deinen Namen verloren Ich weiß nicht, wo du bist Ja, ich bin... Scheiße, ich bin grad bei dem Schneeberg Hast du mir noch's tun? Ja, ich fische hier gerade vor Endlich Oh no, mir wird kalt Ich hab schon wieder im Rüstungsteil eingesaut Ich hab schon wieder im Rüstungsteil eingesaut Ich hab schon wieder im Rüstungsteil eingesaut Scheiße, vier Stück Warum? Alter Der Sauber läuft auf normal Ja, ich sterbe auch gleich Er hat seinen Kollegen umgebracht, er ist doof Ja, ich renne zur Base Ja, mach das Und sterbe ich Ja, mir wird auch grad kalt Und die rennen weg Und jetzt Und jetzt Weichere ich nochmal Komischerweise Wenn ich auf C drücke Ja Also, man kann schlafen Theoretisch Ja, ich bin grad auf dem Weg Ja, ich bin grad auf dem Weg Ich weiß noch nicht, wie weit ich grad weg bin Und wo ich hier überall ankomme Kannst du schon schlafen? Ja Warte, ich baue mir hier ganz schnell ein provisorisches Lager Es wäre ja blöd, wenn Ich jedes Mal aufstürze Aufstürze Dass mein Inventar auf eurem weg ist Scheiße Ich muss mich beilen Oh, komm Bei mir rennen die Gestirpen rum Oh, komm Die haben wir doch noch Die Sechse Zwo Vier Fünf Jetzt nimm doch mal auf Sechs Ich kann schlafen Legst du dich hin? Ja Gut So, jetzt erstmal ganz schnell zur Base Da wird die Folge halt ein bisschen länger jetzt Das ist ja mies, Alter Müssen wir das dann gleich mal testen, ne? Dass noch wirklich so viele kommen Also Ja Ja Ich bin gleich da Ich bin hier schon an dem Naja Hier ist Station die Ball Da ist auch schon vorher so ein paar Legs Ja, die habe ich auch ab und an Aber das habe ich auch manchmal im Singleplayer, wenn ich zu viel gebaut habe oder zu viel offen habe im Untergrund Ja Äh, bei uns waren welche, hier steht ein Totem drinne Ernsthaft? Jaa 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 Ich habe jetzt gespeichert Ich habe jetzt gespeichert Ich kann mal schnell das Talion abstehen hier So, nochmal speichern Das ist ja Jaa Jaa Jaa